Der hessische Landbote Vorbericht Dieses Blatt soll dem hessischen Lande die Wahrheit melden, aber wer die Wahrheit sagt, wird gehängt. Ja, sogar der, welcher die Wahrheit liest, wird durch meineidige Richter vielleicht gestraft. Darum haben die, welchen dieses Blatt zukommt, Folgendes zu beobachten. Erstens, sie müssen das Blatt sorgfältig außerhalb ihres Hauses vor der Polizei verwahren. Zweitens, sie dürfen es nur an treue Freunde mitteilen. Drittens, denen, welchen sie nicht trauen wie sich selbst, dürfen sie es nur heimlich hinlegen. Viertens, würde das Blatt dennoch bei einem gefunden, der es gelesen hat, so muss er gestehen, dass er es eben dem Kreisrat habe bringen wollen. Fünftens, wer das Blatt nicht gelesen hat, wenn man es bei ihm findet, der ist natürlich ohne Schuld. Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Im Jahr 1834 sieht es aus, als würde die Bibel Lügen gestraft. Es sieht aus, als hätte Gott die Bauern und Handwerker am fünften Tage und die Fürsten und Vornehmen am sechsten gemacht. Und als hätte der Herr zu diesen gesagt, herrschet über alles Getier, das auf Erden kriecht, und hätte die Bauern und Bürger zum Gewürm gezählt. Das Leben der Vornehmen ist ein langer Sonntag. Sie wohnen in schönen Häusern, sie tragen zierliche Kleider, sie haben feiste Gesichter und reden eine eigene Sprache. Das Volk aber liegt vor ihnen wie Dünger auf dem Acker. Der Bauer geht hinter dem Pflug. Der Vornehmer aber geht hinter ihm und dem Pflug und treibt ihn mit den Ochsen am Pflug. Er nimmt das Korn und lässt ihm die Stoppeln. Im Großherzogtum Hessen sind 718.373 Einwohner. Sie geben an den Staat jährlich an 6.363.364 Gulden. Als erstens direkte Steuern, 2.128.131 Gulden. Zweitens indirekte Steuern, 2.478.264 Gulden. Drittens Domänen, 1.547.394 Gulden. Viertens Regalien, 46.938 Gulden. Fünftens Geldstrafen, 98.511 Gulden. Sechstens verschiedene Quellen, 64.198 Gulden. In Summe 6.363.363 Gulden. Dies Geld ist der Blutzehnte, der von dem Leib des Volkes genommen wird. An 700.000 Menschen schwitzen, stöhnen und hungern dafür. Im Namen des Staates wird es erpresst. Die Presser berufen sich auf die Regierung und die Regierung sagt, das sei nötig, die Ordnung im Staat zu erhalten. Was ist denn nun das für ein gewaltiges Ding, der Staat? Wohnt eine Anzahl Menschen in einem Land und es sind Verordnungen oder Gesetze vorhanden, nach denen jeder sich richten muss, so sagt man, sie bilden einen Staat. Der Staat also sind alle. Die Ordner im Staate sind die Gesetze, durch welche das Wohl aller gesichert wird und die aus dem Wohl aller hervorgehen sollen. Seht nun, was man in dem Großherzogtum aus dem Staat gemacht hat. Seht, was es heißt, die Ordnung im Staate zu erhalten. 700.000 Menschen bezahlen dafür 6 Millionen. Das heißt, sie werden zu Ackergeulen und Pflugstieren gemacht, damit sie in Ordnung leben. In Ordnung leben heißt, hungern und geschunden werden. Wer sind denn die, welche diese Ordnung gemacht haben und die wachen, diese Ordnung zu erhalten? Das ist die großherzogliche Regierung. Die Regierung wird gebildet von dem Großherzog und seinen obersten Beamten. Die anderen Beamten sind Männer, die von der Regierung berufen werden, um jene Ordnung in Kraft zu erhalten. Ihre Anzahl ist Legion. Staatsräte und Regierungsräte, Landräte und Kreisräte, geistliche Räte und Schulräte, Finanzräte und Forsträte usw. Mit allem ihrem Heer von Sekretären usw. Das Volk ist ihre Herde. Sie sind seine Hirten, Melker und Schinder. Sie haben die Häute der Bauern an. Der Raub der Armen ist in ihrem Hause. Die Tränen der Witwen und Waisen sind das Schmalz auf ihren Gesichtern. Sie herrschen frei und ermahnen das Volk zur Knechtschaft. Ihnen gebt ihr sechs Millionen Gulden Abgaben. Sie haben dafür die Mühe, euch zu regieren, das heißt, sich von euch füttern zu lassen und euch eure Menschen- und Bürgerrechte zu rauben. Seht, was die Ernte eures Schweißes ist. Für das Ministerium des Innern und der Gerechtigkeitspflege werden bezahlt 1.110.607 Gulden. Dafür habt ihr einen Wust von Gesetzen, zusammengehäuft aus willkürlichen Verordnungen aller Jahrhunderte, meist geschrieben in einer fremden Sprache. Der Unsinn aller vorigen Geschlechter hat sich darin auf euch vererbt. Der Druck, unter dem sie erlagen, sich auf euch fortgewälzt. Das Gesetz ist das Eigentum einer unbedeutenden Klasse von Vornehmen und Gelehrten, die sich durch ihr eigenes Machwerk die Herrschaft zuspricht. Diese Gerechtigkeit ist nur ein Mittel, euch in Ordnung zu halten, damit man euch bequemer schinde. Sie spricht nach Gesetzen, die ihr nicht versteht, nach Grundsätzen, von denen ihr nichts wisst, Urteile, von denen ihr nichts begreift. Unbestechlich ist sie, weil sie sich gerade teuer genug bezahlen lässt, um keine Bestechung zu brauchen. Aber die meisten ihrer Diener sind der Regierung mit Haut und Haar verkauft. Ihre Ruhestühle stehen auf einem Geldhaufen von 461.373 Gulden. So viel betragen die Ausgaben für die Gerichtshöfe und die Kriminalkosten. Die Frecke, Stöcke und Säbel ihrer unverletzlichen Diener sind mit dem Silber von 197.502 Gulden beschlagen. So viel kostet die Polizei überhaupt, die Gendarmerie und so weiter. Die Justiz ist in Deutschland seit Jahrhunderten die Hure der deutschen Fürsten. Jeden Schritt zu ihr müsst ihr mit Silber pflastern und mit Armut und Erniedrigung erkauft ihr ihre Sprüche. Denkt an das Stempelpapier, denkt an euer Bücken in den Amtsstuben und euer Wachestehen vor denselben. Denkt an die Sporteln für Schreiber und Gerichtsdiener. Ihr dürft euren Nachbarn verklagen, der euch eine Kartoffel stiehlt. Aber klagt einmal über den Diebstahl, der von Staatswegen unter dem Namen von Abgabe und Steuern jeden Tag an eurem Eigentum begangen wird, damit eine Legion Unnützerbeamten sich von eurem Schweiße mäßten. Klagt einmal, dass ihr der Willkür einiger Fettwänste überlassen seid und dass diese Willkür Gesetz heißt. Klagt, dass ihr die Ackergäule des Staates seid. Klagt über eure verlorene Menschenrechte. Wo sind Gerichtshöfe, die eure Klage annehmen? Wo die Richter, die Recht sprechen? Die Ketten eurer Vogelsberger Mitbürger, die man nach Rockenburg schleppte, werden euch Antwort geben. Und will endlich ein Richter oder ein anderer Beamte von den wenigen, welchen das Recht und das gemeine Wohl lieber ist als ihr Bauch und der Mammon, ein Volksrat und kein Volksschinder sein, so wird er von den obersten Räten des Fürsten selber geschunden. Für das Ministerium der Finanzen 1.551.502 Gulden. Damit werden die Finanzräte, Obereinnehmer, Steuerboten und Untererheber besoldet. Dafür wird der Ertrag eurer Äcker berechnet und eure Köpfe gezählt. Der Boden unter euren Füßen, der Bissen zwischen euren Zähnen ist besteuert. Dafür sitzen die Herren in Frecken beisammen und das Volk steht nackt und gebückt vor ihnen. Sie legen die Hände an seine Lenden und Schultern und rechnen aus, wie viel es noch tragen kann. Und wenn sie barmherzig sind, so geschieht es nur, wie man ein Vieh schont, das man nicht so sehr angreifen will. Für das Militär wird bezahlt 914.820 Gulden. Dafür kriegen eure Söhne einen bunten Rock auf den Leib, ein Gewehr oder eine Trommel auf die Schulter und dürfen jeden Herbst einmal blind schießen und erzählen, wie die Herren vom Hof und die ungeratenen Buben vom Adel allen Kindern ehrlicher Leute vorgehen und mit ihnen in den breiten Straßen der Städte herumziehen mit Trommeln und Trompeten. Für jene 900.000 Gulden müssen eure Söhne den Tyrannen schwören und Wache halten an ihren Palästen. Mit ihren Trommeln übertäuben sie eure Seufzer, mit ihren Kolben zerschmettern sie euch den Schädel, wenn ihr zu denken wagt, dass ihr freie Menschen seid. Sie sind die gesetzlichen Mörder, welche die gesetzlichen Räuber schützen. Denkt an Södel! Eure Brüder, eure Kinder waren dort Brüder und Vatermörder. Für die Pensionen 480.000 Gulden. Dafür werden die Beamten aufs Polster gelegt, wenn sie eine gewisse Zeit dem Staate treu gedient haben, das heißt, wenn sie eifrige Handlanger bei der regelmäßig eingerichteten Schinderei gewesen, die man Ordnung und Gesetz heißt. Für das Staatsministerium und den Staatsrat 174.600 Gulden. Die größten Schurken stehen wohl jetzt allerwärts in Deutschland den Fürsten am nächsten, wenigstens im Großherzogtum. Kommt ja ein ehrlicher Mann in einen Staatsrat, so wird er ausgestoßen. Könnte aber auch ein ehrlicher Mann jetzt so Minister sein oder bleiben, so wäre er, wie die Sachen stehen in Deutschland, nur eine Drahtpuppe, an der die fürstliche Puppe zieht und an dem fürstlichen Popanz zieht wieder ein Kammerdiener oder ein Kutscher oder seine Frau und ihr Günstling oder sein Halbbruder oder alle zusammen. In Deutschland steht es jetzt, wie der Prophet Micha schreibt, Kapitel 7, Vers 3 und 4, Die Gewaltigen raten nach ihrem Mutwillen, Schaden zu tun und drehen es, wie sie es wollen. Der Beste unter ihnen ist wie ein Dorn und der Redlichste wie eine Hecke. Ihr müsst die Dörner und Hecken teuer bezahlen, denn ihr müsst ferner für das Großherzogliche Haus und den Hofstaat 827.772 Gulden bezahlen. Die Anstalten, die Leute, von denen ich bis jetzt gesprochen, sind nur Werkzeuge, sind nur Diener. Sie tun nichts in ihrem Namen. Unter der Ernennung zu ihrem Amt steht ein L-Punkt. Das bedeutet Ludwig von Gottes Gnaden und sie sprechen mit Ehrfurcht im Namen des Großherzogs. Dies ist ihr Feldgeschrei, wenn sie euer Gerät versteigern, euer Vieh wegtreiben, euch in den Kerker werfen.